Willkommen zur Notruf. Abonniert und keine weiteren Folgen von Notrufs verpassen. Ich freue mich auch über Like. Mach mal weiter. Das DLC wurde angekündigt für den Wechsellader. Der soll dann bald kommen. Mal gucken, ob noch ein Gratis-Update dazu kommt mit ein paar Updates. Also Einsätze, so. Der Wechsellader wird bestimmt Einsätze dazu kommen. Der wird bestimmt auch Geld kosten wie das Kev1. Bei Notruf 1 hat es auch Geld gekostet. Wie so ein DLC. Vielleicht wird es auch Gratis sein, aber ich denke, das wird Geld kosten. Mal gucken. Vielleicht kommt noch ein Update dazu. Achtung! Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF 1. Am Hang. Irgendwie ruckelt gerade das Spiel richtig doll. Warum hat das Spiel gerade so schlimme Performance? Es bricht die ganze Zeit ein. Wieder so ein Ruckler. Irgendwas stimmt nicht mit dem Spiel. Freiwillige Feuerwehr, ja. Wenn wir wieder auf den Neustart machen, muss man fast jedes Mal das Trittorio durchmachen. Mal gucken, wenn Staffel 3 weitergeht bei Notruf. Wir können so einen Einsatz fahren. Containerbrand oder Müllbrand mal gucken. Was dann wirklich brennt. Wir rücken aus. Gucken, was die Leitstelle sagt. Leitstelle Mülheim 1, TLF 4001, kommen. Die Grafik ist ja auf Maximum. Hier, Leitstelle Mülheim, kommen. So, gerade ist nicht so viel los. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Ah, das ist die Riesenkreuzung. Wir werden eingewiesen, kommen. Die hören gerne ein. Aber ich will diesen Modi. So, das ist wieder der falsche Modi. Jetzt hat er wieder die Außenbeleuchtung an. Falscher Modus. Wechseln. Halt mal an. Einsatzmodus. Das ist ein bisschen komischer Einsatzmodus. Komm. So. Wie weit noch 500 Meter. Mal gucken, ob es nur Wechsellader, ob noch ein paar Bugs fix ist oder ob noch Karteinsätze dazu gibt. Mal gucken. Muss mal abbiegen. Da sind wieder diese Fahrzeuge, die keinen Platz machen. Ja. Das hätte ich weggeblieben. Geben nicht mal ein. Lass mal den mal fahren. Irgendwie wird das Spiel heute nicht. Vielleicht muss man noch nachalarmieren, so ein Großeinsatz. Mal gucken, was noch kommt für ein Update. Oder ob schon ein Notruf 3 angekündigt wird. Vielleicht kommen auch mehrere DLCs gratis und die Geldkosten. Vielleicht ist Notruf 3 nicht mehr so weit weg oder wie der Nachfolge heißt. Oder wenn es geliebt wird. Die Leitstelle Mülheim, kommen. Auch mit spannenden Einsätzen. 10 Kubikmeter Containerleit. Das können wir aber mit Schneeangriff machen. Das kreize ich jetzt vorher aus. Gucken. Notruf 3. Vielleicht mehr Einsätze. Vielleicht verbessert Grafik. Aber es nimmt ja nicht so viel Hardware. Wie zieht die Skylines? So. Ich gucke mir den ein. Die Hydranten. Das hinten zeigt er schon an. Ich kann auch die Hilfe wegmachen. Bestimmt. Und die Hydranten funktionieren alle. So. Es wäre auch toll, wenn die Hydranten nicht mehr funktioniert. Dass der Einsatz schwieriger wird. Und so. Oder so ein Stau. Und so. So. Brauchen wir noch Wasser versorgen? Ne. Soll ja sich nicht weiter ausbreiten. So. Ich habe gesagt. Schnellangriff. Einmal ausrüsten. Was gibt ihr denn hier noch auf die Karte? Was für Einsätze dazu kommen können. Was gibt es noch für Fahrzeuge? Bei Notruf, die dazukommen können. Ich denke nicht mehr so viele. Zielleitstiche Mühlein. Kommen. Weitere Lagemeldung. PA zur Brandbekämpfung vor. Wollen wir mal gucken. Kann sich nicht weiter ausbreiten, wie es aussieht. Das wird verstanden. Ende. So. Ja und es wäre auch gut, wenn so ein Update kommt wird, dass man nicht immer Müllbrände kriegt und so was, dass man zwar größere Einsätze und so abwechselnd sagen kann, das muss unbedingt noch kommen. Sonst ist es immer langweilig. Muss man immer den Einsatz machen oder irgendwie fünfmal überspringen manchmal geht. Das muss man dir unbedingt machen. Kann ich sagen, dass ich zweimal Stuhle so auswählen kann, welchen Einsatz ich haben möchten kann. Bei der Feuerwehr geht es ja noch, aber bei der Beruf Feuerwehr wäre es toll, wenn wir auch den Einsatz auswählen können. Wenn man Spür mal durchgespielt hat. So. So. Klug nass dann gucken. Ja. Könnt sich das noch ausbeuten. Nicht so wirklich. Ah hier so Funkenflug oder so. Ja nach hinten ein bisschen. Für wir jetzt nicht die Steuerung, also die war nass. Das Zeugte Spiel gerade flüssig, aber ist verpackt. Dann nachalmieren. DLK. Weiß nicht für die, einen kleinen Brand. Ich bin gar nicht auf Brand. Drei Höhen. Ja, ich gucke noch. Hier können wir so Bäume brennen, es fehlt noch so ein Einsatz dazu. Oder so richtig mal so ein Haus. Es brennt ja nur da Stuhlbrand oder so drinnen im Zimmer. So. Gibt es hier Probleme? Ja, es gibt hier. Mal kurz warten. Mal gucken. Kann ich auch hier jetzt überspringen? Machen wir mal. Mal gucken. So, wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt das Feuer löschen. Sind da keine Glutnester mehr? Mal gucken. Äh, nach Glutnester noch mal gucken. Ja, sind keine Glutnester. Trau ich mal. Die KI. Und dann packen wir zusammen. Zusammenpackt. Das war das kurze Video. Der Wechsellader wurde angekündigt. Mal gucken, ob noch ein paar andere Updates dazu kommen. Mal gucken. Und nächste Folge vielleicht Freiwillige Feuerwehr oder Beruf Feuerwehr. Wenn es wieder Probleme gibt, wird es wieder Beruf Feuerwehr sein. Mal gucken, was dann noch kommt für Updates. Vielleicht kommt auch ein großer Einsatz dazu. So ein Überraschungseinsatz. den wir noch nicht kennen. Irgendein Riesenbrand und mit Wald und so. So ein Waldbrand, das fehlt ja noch komplett. Ach. Löschen wir noch schnelles Feuer. Denn nicht zusammenpacken. Löschen wir noch schnelles Feuer. Nein, nicht zusammenpacken. Nicht zusammenpacken. Nein. Und wie war dann? Viel aufgetaucht. Wechseln. Einsatzkraft. Ja, dann war es diese Folge. Notruf. Ja. Versuche jetzt noch das Feuer zu löschen. Man ہے das ist wirklich nicht nur. Ein Beispiel ist das 정도로 Ama dentro daraus. Hey, wir nehmen wir noch einmal. Vielen Dank.